Die Royal Family trauert um Thomas Kingston. Der Ehemann von Lady Gabriela Windsor ist im Alter von nur 45 Jahren plötzlich verstorben. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, doch die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 45-Jährigen feststellen. Mit tiefster Trauer geben wir den Tod von Thomas Kingston, unseren geliebten Ehemann, Sohn und Bruder bekannt, hieße es am Dienstag in einem Statement. Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben Alladin kannten, erhellte. Sein Tod sei ein großer Schock für die ganze Familie. Man bitte daher, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren. Die Todesursache ist bislang unklar. Untersuchungen sollen dazu Aufschluss geben. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Umstände. Thomas Kingston war der Schwiegersohn von Prinz Michael von Kent, ein Cousin von Queen Elizabeth II. 2019 heiratete Kingston dessen Tochter Lady Gabriela Windsor. Wir wollen auf Fremdverschulden. Wir wollen mit der Schwiegersohn von Francis Diem Waiters hin. Wir wollen mit der Schwiegersohn von Kürger. Wenn das Schwiegerl geht,